Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Elementar-Challenge. Nur Elementwaffen. Wir dürfen hier eigentlich nur nicht, weil sie am Anfang unsere Waffenpistole benutzen oder so. Haha, ich hab eine. Direkt. Ich hab einen Ausreicher. Bleib still, ich brauch einen Money. Weiße, Fledermäuse. Heiß. Hey, 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 du Dicker. Schaut mal her. Ich hab den Finger am Abzug. Kein schlechter Anfang. Das war aber nur zum Auflärm. Nein, nein. Oh, das Gesicht dein, Junge. Ist das? Gibt mir Deckung. Nachladen, nachladen. Oh. 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 Heilige Scheiße. Hör mir den Mistkerl nieder. Oh. Wechsle das Magazin. Richtig gut, das Zeug. Das war der Letzte. Geh zur angezeigten Kanzel für mehr Ausrüstung. Oh, gut. Ja, ich muss. Ich fühle mich gut an, oder? Wenn niemand stirbt. Ich fühle mich wie der verdammte Tunnelkönig. Ach, guck mal, wer da ist. Ich fühle mich wie der verdammte Tunnelkönig. Lass mir in dein Herz. Sehr gute Zeiten, schlechte Zeiten. Hauptsache, du stirbst. GZSZ war schon ne geile Serie. Ich hab verbotene Liebe. Geht und tötet mehr Sets. Okay. Kann man jetzt erstmal n' Drachenatum holen. The Drachenatum dude. Ich bin noch nicht fertig. Na, 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 na. Oh mein Gott, es regnet Sets. Komm, wie da alle den Berg runter gehüpft. Wieso, so, 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 Selbstmordart? Ganz Twitch und ganz YouTube spielen Rust. Was ist Rust? Das ist so wie Seven Days. Ach, das doch mit dem Boot und sonst was, ja. Wo du Polizei und Dingsbund spielen kannst. Ja, bleib stehen, ich mach Muni. Hallo schon. Ne, das ist, äh, Raft, was du meinst. Ach, Raft. Ah. Raft ist wie Seven Days. Ohne Zombies. Oh, ohne Zombies? Ja, und bessere Grafik. Das ist ja voll langweilig. Man braucht doch Gegner. Ja, die Gegner, es gibt, äh, die machen das gerade so, es gibt einmal Verbrecher. Ah. Christen. Aha. Und dann gibt's Polizisten. Und Polizisten ist Marco Ops und jetzt Chris. Da können wir uns ja gleich die Radieschen von unten umsehen. Da spielt ihr immer noch das Spiel? Ja. Ja, Killing Flo. Ja, Killing Flo. Ihr spielt Killing Flo? Ja. Dann bin ich raus. Bis heute Abend, ciao. Ciao. Ja, ich schätze mal so 22 Uhr dann. Okay. Alles klar. Gib mir später. Bis später. Bis später. So, jetzt hab ich mir die Mac 10 geholt. So, ich seh nix. Ich muss hier raus. Muss auch ein bisschen warten, bis ich mir die Reispamp anleistend hab. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets kommen. Hm. Hey, seht ihr die Sets? Wo seid ihr? Da. Keinem Freundes. Wir haben hier einen Giforx. Kein schlechter Anfang. Das war aber nur zu. Und das. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche immer nicht. Danke. Bleib am Boden, du Buster. fast mich doch nicht an was willst du du toaster was dein problem das war der letzte Geht zu der angezeigten Kassen? Da ne Kassen, warte, du hast dich nicht gerade ausmachen, oh mo 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 mo. Du hast die meisten Leute erledigt, ja, hab ich ihn jetzt mal, das Problem. Sonst nur sehr leise. Öffne die Hand und verbessere deine Kassen. Wie geht es uns, Leute? Gut, danke! Stollen und Schleifern geht an dich. Wer ist ein hässliches Arschloch? Du bitte! Sorgt für die Sicherheit des Gebietes. Ja, nehmen wir. Gerne. Gehen wir da hinkommen jetzt? Ich sollte lieber etwas Geld verdienen, sonst klappere ich bald mit einem leeren Kaffeebecher. Verdammt, Scheiße. Verdammte Sirene! Stopp! Gefällt dir das? Nein! Keine Crawler hier drin erlaubt. Keine Haustiere. Keine Vierbeiner. Ich habe nur gesagt, nein. Scheiße. Piste ist von mir. Da kommt ein Skarke. Neues Magazin. Weiter so. Der war ja schnell weg, als ich da gucken konnte. Mal gucken, du Bastard. Ich bin noch nicht fertig. Mal gucken, du hast keine Zeit mehr zurück. Ich will noch wieder sehen. Die anderen sind bald wieder. Ein Wahn von Höhe gesetzt. Okay. Nice. Jetzt kann ich mal auf die andere Pumke gucken. Batman. Hat man das gesagt? Ja. Okay. Wenn du es nicht hast mit mir, solltest du Panzerung kaufen. Dann mit der Pumke. Ja. Ja gerne. Noch mehr Geld. 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 Money. Money. Hey wo seid ihr? Klein. Ich bleb dann auf hier. Pisser hier. Wo seid ihr hier? Kleine Pusses. Schlimmer als dieses Klo in Thailand. Und der Bord die Nase und der Weg in Runde 1. Ich hab den Finger am Abscheißen. Guter Schusskumpel. Ich werde ihn jetzt nicht auf dabei. Ich habe ihn nicht Heavy. Ich habe ihn nicht mehr zu denen, denn ich habe ihn nicht vermisst. Ich habe ihn nicht mehr zu tun. Ich habe ihn nicht mehr zu sagen. Hallo, wo seid ihr? Wo sind wir da? Das ist richtig, was meinst du damit? Ach so, du meinst dir hin, so kurz, du meinst was anderes. Du hast dich richtig gut im Team gemacht, sans ça. Ne, ich will keinen ausgeben. Unheimlich, mich stört das nicht. Natürlich leben diese Dinger gern in Höhlen. Nur Elementar Waffen. Ich guck nur was für eine Waffe. Das kann ich mir noch nicht holen. Ja, ich hab schon meine beiden Pumpguns. Der Mütterpacker. Jetzt seht ihr die Turtles, die Turtles hier. Leonardo. Leonardo. Donatello. Ich bin noch nicht fertig. Ihr habt ihnen schön zugesetzt, aber es sind noch einige. Ich hab' nicht gesehen, Mädel. Ich bin nicht gelandet. Ich bin nicht gelandet. Ich bin nicht gelandet. Ich bin nicht gelandet. Ich hab'n Flaschen mitgebracht. Ja. Okay, Schaman. Na, verpiss dich, Junge. Ne, Fettsack, stopp. Was halten Sie! Das んеру waraudio ohne Handy. Ich brauch dich nicht verladen. Ich hab' die Drachen-Auti, man die Frost. ziehen das hg hrg brandgewehr jetzt ja auch feuer also vorher ich bin kein einzig richtig gut das zeug ich liebe es ich unterstütze so lange nicht mehr gespielt habe ich voll verpeilt was er für krassen schaden macht und so auf meinem kopf sind so kann der nach so über müssen doch das tat weh danke wo so schnell nachladen Ich bin mal eindruckt. Einwandfreie Anruhe. Heilige Scheiße, geht der an meinem Sack. Richtig gutes Zeug. Wir hier sind Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. Wo ist denn der letzte? Fantastisch. Ah, danke. Jetzt hab ich wieder Kohle. Nee, der Boss kommt. Wenn man den Drachenatem komplett pimpt, ist der härter als wenn man den Frostzahn komplett pimpt. Ja, der Frostzahn ist ja auch nicht so heftig. Ist ja auch ne neue Waffe jetzt. Wenn man beide nur zweimal pimpt, dann ist der Frostzahn besser. Wo wenn man bedenkt, dass der Frostzahn schneller schießen kann, dann... Ja, das ist eigentlich relativ... relativ... relativ ausgeglichen. Ausgeglichen. Oh nein, schon wieder. Okay, was geht? Guten Appetit. Ja, ich esse nichts, aber trotzdem vielen Dank, mein Freund. Weißt du, wie ich mich freue, wenn wir die Wohnung im Erdgrad haben? Ist mir scheiße da, wenn ich jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen muss, um bei der Arbeit zu sein. Aber wir haben unsere Ruhe, dann weißt du. Meinte meine Verlobte so, ja, aber was ist denn mit deinem Bruder? Was ist da mit dem Zocken? Ja, wenn wir am Abwärtsinternet haben, ist das immer so. Was ist nachher nicht schlimm? Ja. Der weiß wenigstens Bescheid und da reicht. Musste sich keine Sorge machen. Wenn was ist, habe ich denn eine Telefonnummer von dir? Du hast meine... Denn außerdem ist es erstmal wichtig, dass ihr zusammen eine Wohnung habt. Ja. Ja. Ich habe nichts gesehen, ne? Richtig guter Sack. Ja. Wir sagen wir denn nicht mehr nieder. Ich habe nichts gesehen, ne? Wir sind gegen eine Wand gelaufen, Idiot. Ne, ich sehe nichts, also... Ich bin so gegen eine Wand gelaufen, Idiot. ganz blöde passt mich nicht an nach nach oben bei mir die muni heute verbraucht meine märkten war nicht nachgeladen ich werde das mittelalter zu lassen auf wiedersehen kollege ich habe x gegen decke menschen aber du bist hier frisst heilungsgranaten auch geschafft Untertitelung des ZDF für funk, 2017